Auch die neue Woche startet mit einer Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andacht, mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Es ist Montag, der 7. August, und wir machen weiter mit dem ökumenischen Bibelleseplan. Apostelschichte 21, 1 bis 14 ist heute dran. Wir kommen ja in vier Jahren durch das Neue Testament, in acht Jahren durch alle wesentlichen Texte der Bibel. Wenn wir dem ökumenischen Bibelleseplan folgen. Und so machen wir tapfer weiter mit der Apostelgeschichte und lernen. Heute geht es um Einwilligen in Gottes Willen. Das ist sicherlich eine Königsdisziplin in der Nachfolge Jesu. Und schauen wir mal rein, wie das die Leute um den Paulus herum erlebt haben, als es darum ging, in den Willen Gottes einzuwilligen in einer ganz konkreten Situation. Apostelgeschichte 21, Abvers 1. Als es nun geschah, dass wir uns von ihnen wandten und fortsegelten, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyros an, denn dort wurde das Schiff entladen. Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir sieben Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und es geschah, da wir die Tage dort zugebracht hatten, machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten am Ufer nieder, beteten und nahmen Abschied voneinander. Wir stiegen ins Schiff, jene aber kehrten nach Hause zurück. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyros nach Ptolemais, begrüßten die Gemeinde und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Der hatte vier Töchter, Jungfrauen, die prophetisch redeten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Der er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, Des Herrn Wille geschehe. Das geht immer hin und her. Die einen sagen voraus, Paulus wird dort große Schwierigkeiten bekommen in Jerusalem, wo er auf dem Weg ist dorthin. Die anderen schließen daraus den Schluss, er soll lieber nicht dahin gehen. Paulus selber ist sehr entschieden, nach Jerusalem zu gehen. Und wenn es ihn etwas kostet, wenn er erneut gefangen genommen wird oder wenn er noch Schlimmeres erleidet, dann ist er dazu bereit. Und so haben wir die einen, die da was Bedrohliches kommen sehen und das einfach nur zur Kenntnis nehmen. Die anderen, die daraus den Schluss ziehen, dann geh auf keinen Fall dahin. Und er selber, der bereit ist und entschieden ist, alles auf sich zu nehmen für das Ziel, der Gemeinde in Jerusalem wieder zu begegnen und die Gläubigen dort zu stärken und auch dort weiter in Jerusalem am Ursprungsort der Gemeinde Jesu das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. So was tun? Und es ist interessant, wie hier am Ende steht, in Vers 14, da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, das Herrnwille geschehe. Das ist sozusagen die übergeordnete Instanz, der Wille des Herrn. Da geht es weder um den Willen der Warnenden noch um den Willen des Paulus, noch um den Willen derer, die sagen, ja, es wird hart kommen, aber macht nichts, geh mal durch. Das Herrnwille geschehen. Da merkt man plötzlich bei all den persönlichen Berufungserlebnissen, bei den prophetischen Eindrücken und Botschaften, am Ende geht es darum, dass der Wille des Herrn geschieht. Und das ist bei allem, was wir auch an prophetischem oder an Warnendem oder an Berufungserfahrungen haben, das ist am Ende immer noch ergebnisoffen. Der Wille des Herrn geschehe. Wer kann mit Bestimmtheit sagen, was morgen ist und was übermorgen ist? Niemand. Der Einzige, der verlässlich Auskunft geben kann über die Zukunft und der Einzige, der die ganze Entwicklung in die Zukunft in der Hand hält, ist der Herr Jesus Christus, der im Himmel um uns herum regiert und auch Einfluss nimmt auf die irdische Existenz. Deswegen beten wir ja auch im Vaterunser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Was also der Herr in der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels um uns herum als Willen hat, als Weg hat, als Gebot hat, als Berufung hat, das soll in der irdischen Wirklichkeit, im Diesseits zum Tragen kommen. Das soll Wirklichkeit werden. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das macht uns abhängig von Jesus, dem auferstandenen, gekreuzigten, gegenwärtigen Herrn. Am Ende geht es nicht darum, was die zaudernden anderen wollen. Es geht auch nicht darum, was Paulus will. Am Ende des Tages geht es darum, was der Herr will. Und das macht alle Seiten demütig, denn wer will schon mit Bestimmtheit sagen, nur so ist der Wille des Herrn in dieser Situation zu verstehen. Ich sage immer, wir leben vorwärts und verstehen rückwärts. Im Rückblick ist es sehr viel einfacher, den Willen Gottes zu entdecken. Im Vorangehen ist es immer ein Tasten, ein Fragen, ein Eingehen auf Impulse, ein Weg des Vertrauens, ein Weg der Gewissheit. Aber das hat diesen Vorbehalt, das Herrnwille geschehe. Und wir wissen ja, dass Gott nicht ein statischer Gott ist, der irgendeinen Fahrplan in die Zukunft hat. Und dann wird der Fahrplan abgearbeitet. Sondern Gott handelt ja hinein in die Geschichte, die sich entwickelt, die vorangeht. Und vielmehr, er prägt auch noch diese Geschichte und nimmt Einfluss auf die weitere Entwicklung der Geschichte im Diesseits. Und das heißt, wir bleiben Menschen und Gott bleibt Gott. Dass das Herrnwille geschehe. Wir können uns nicht final festlegen, was der Wille des Herrn für morgen ist. Wir können uns grundsätzlich an den Geboten Gottes und an dem, was wir an grundsätzlichem Willen Gottes offenbart bekommen haben, uns orientieren. Aber wenn es um konkrete Schritte eines Weges geht, dann bewegen wir uns immer im Bereich des Vertrauens, der Gewissheit und damit auch der Demut, dass es auch noch anders werden kann, als wir heute felsenfest davon überzeugt sind, dass es nur so gehen kann. Das Herrnwille geschehe. Das heißt nicht, dass wir willenlos sind, überhaupt nicht. Wir brauchen unseren Willen, um uns entschieden für das einzusetzen, was wir als richtig erkannt haben. Gott will keine willenlosen Marionetten, sondern willensstarke Nachfolgerinnen und Nachfolger, die willensstark umsetzen, was seinem Willen entspricht. Und trotzdem bleiben wir da in einer Abhängigkeit zum gegenwärtigen Herrn, die sich nie auflösen wird. Das Herrnwille geschehe. Und am Ende ist es ein Zeichen von ganz tiefem Vertrauen zu Gott. Wenn wir das so aufrichtig beten können, dein Wille geschehe, weil wir damit nämlich zum Ausdruck bringen, bei allem, was wir wollen und für richtig erkennen und vorantreiben, am Ende glaube ich doch, glauben wir doch, dass du, Herr, den Weg richtig führst und dass wir am Ende dir vertrauen dürfen, dass du keinen Fehler machst, selbst wenn es hart wird, selbst wenn es ganz schwierig wird, wie es für den Paulus zu befürchten war. Am Ende geht es darum, in den Willen Gottes einzuwilligen und zwar nicht, weil wir das müssen oder sollten, sondern weil wir es wollen, weil wir ganz tiefes Vertrauen haben, dass seine Wege, sein Wille für uns am Ende das Beste ist. aus himmlischer Perspektive, aus ewiger Perspektive, wo wir manches hier überhaupt nicht kapieren und verstehen. Aber wer zu diesem letzten tiefen Vertrauen vorgedrungen ist, der kann von ganzem Herzen in Gottes Willen einwilligen, weil er weiß, es kommt die Zeit, wo wir keine Fragen mehr haben werden, sondern wo wir begreifen, wie der Teppich unseres Lebens gewebt wurde, welches Bild dabei auf der Vorderseite entstanden ist. Wir sehen oft nur die Knoten auf der Rückseite des Teppichbildes und fragen uns, wie das eigentlich alles zusammengehört. Gott aber sieht das Teppichbild von vorne und er weiß, was er tut. Und wenn wir in der Herrlichkeit bei Gott angekommen sein werden, dann werden wir staunen über das Bild, das Gott in unserem Lebensteppich gewebt hat. Dieses Vertrauen drückt sich aus, wenn wir beten, dein Wille geschehe. So bitte ich dich, Herr, dass du unser Vertrauen stärkst heute, dass wir loslassen können, was wir nicht festhalten können, dass wir nicht verbissen an Dingen festhalten, die anders werden. bitte hilf uns, dass wir in diesem ganz tiefen Grundsatz Vertrauen sind, so wie das Paulus und die Geschwister damals auch gemacht haben, dass Herrnwille geschehe, dass wir einwilligen können, dass das Vertrauen wächst und dass selbst wenn das Schwierigkeiten, Nöte, Probleme, ja, vielleicht sogar Krankheit und Not und Tod beinhaltet, selbst wenn das bedeutet, es kommen große Herausforderungen auf uns zu, die da nicht mehr zu vermeiden sind, so wollen wir doch vertrauen, Herr, dass du am Werk bist und dass wir ganz am Ende verstehen werden, warum du uns wann, wie, wo, so und nicht anders geführt hast. So bitte ich dich, Herr, lehre uns existenzielles Vertrauen und hilf uns, dass wir einwilligen in deinem Willen um dann willentlich und von ganzem Herzen zu tun, wozu du uns berufst, wozu du uns beauftragst, wohin du uns auch immer stellst. Darum bitte ich dich, stärke unser Vertrauen und hilf uns, in deinen Willen ein zu willigen. Auch heute. Amen. Das war ganz schön grundlegend, am Anfang der Woche, mitten im August, aber manchmal ist das wichtig, dass wir sehr grundlegend und grundsätzlich uns orientieren, damit wir in den spezifischen Fragen unserer Wegführung Klarheit gewinnen. Ich bete, dass das auch durch diese Atempause in deinem Leben heute ein Stück weit Wirklichkeit wird. Gott segne dich, Gott behüte dich, wir machen morgen Fortsetzung mit der Apostelgeschichte und jetzt ist Zeit zum persönlichen Gebet. Bis morgen.